mit jade den zwerg und mit magnum oder auch matze genannt und wir legen mal los ich gehe wieder an die anbrust ja der popel war der wo sind die da vor dem tor wo wir herkommen schaffst du zerfett sie mal das sind die flieger die explodieren muss ich aufpassen hier sind die normalen wer ist kaputtiert und schütze da oben 855 macht das immer ausreichend links und muss gefallen da oben sind noch mehr er hat er liegt auf dem bonus da komme ich nicht hin müssen die finnischen jetzt aber er ist aufgestanden jetzt um ok jetzt wird es gibt jetzt jetzt gehe ich gleich da und Kameraden mich ein bisschen nervt wir wünschen dass er den Knopf gibt dass sie direkt hinter einen springt die Lübe nur helfen ja die Kameras nicht die beste das ist auf jeden Fall noch eine Bühne da kommt noch mehr, da kommen oben noch Bogenschützen die ist oben, über dem Tor da oben überall die Bogenlumpen da kommt immer einer von hinten bei mir just in time, das Level up, das mich noch gerettet hat oh, ein Schuss, Kopfschuss da oben ist immer noch der Idiot, so jetzt ist er down glaube ich noch einer oh, weg da wo, wo, wo da, ok oh Gott ich habe nichts mehr sag mal, der frisst aber auch ordentlich was der Johnny hier, so jetzt aber oh, unser Elben damit braucht ein bisschen Hilfe irgendwann merke ich mir einen Namen nochmal hm ich habe mich um den Bogenschützen da oben gekümmert so war's das? was ist das, diese Reparatursymbol da bei dir nein na ja auch links oben bei dir auf dein Bildschirm helfen ah mein ja, irgendwas ist kaputt ich glaube wir müssen mal nach Brie gleich das ist bei mir schon oder ist er, geh mal auf Aus ob wir jetzt nicht Levels her Geschenke dem Geschenk ach, das ist das, was mir geschenkt hat letztes Mal ja ok ich hätte auch ein Level up da da das Schwert 19 von 50 ja hält noch ein bisschen aha reparieren muss man auch ok, gut zu wissen jetzt habe ich vergessen wieder mein Punkt zu verteilender Tor-Skop hier so muss irgendwas aufspringen mit deinem Geschütz vielleicht ah ha wie wir den nicht gesehen haben aber er war auch zu blind und zu treffen scheinbar Moment ja, da oben geht auch noch weiter wir werden das Tor öffnen nein acht Toto und Harry oben jetzt lernt ihr einen du den das ist so ein riesen Hondo mach ihn kalt ja 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 jetzt lernt ihr einen du den laden ja ja genau nimm mal einen Trank schnell lieber ja ja Boah, wer schießt da? Bogenschützen? Ja, wahrscheinlich. Ey, der lebt noch. Ich dachte, ich hätte Punkte gekriegt für brutaler Schlag, aber das war wahrscheinlich kein vernichtlicher Schlag. Jetzt aber machen wir ihn. Jetzt ist meine Ausbildung auch kaputt. Wer hat denn auch? Boah! Oh, ho, ho, ho! Fertig! Noch ein Problem? Weiter geht's. Ich würde sagen, wir gehen mal reparieren, oder? Würde ich auch sagen. Das war ein Ladezeitenstöhner. Das gibt's aber, aber die halten sich doch eigentlich in Grenzen, die Ladezeiten. Etwas. Ich glaube, das ist normal für ein Xbox-Spiel. Wo sind wir jetzt? Düstere, düstere Stadt. Die Tadelle. Volzen, gut. Ich warte bei dir schon wieder. Was, so war das Spiel? Hm, bei dir. Der steht immer noch da, es ist durchgehend. Echt top. Warte auf andere Spieler. Nein. Ach, du heiliger Mist. Flankieren wir mal. Wenn es klappen würde. Ich bin schwer verletzt. Bevor der Tod ihn holt. Nein. Hilf unserem Freund. Wird dir geholfen? Ach, was. Jetzt muss mir geholfen werden. Ich hab schon wieder dir... Ey. Das ist ätzend hier. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich versuche es. Ja. Wie können wir an diesen Sack ran? Ist das immer noch der Schieß? Ja, der Schieß immer noch. Können wir ihn so treffen? Ja, wir müssen ihn so abschießen. Ich muss laufen. Ja, genau. Schieß mich ab. Ja, komm. Oh, oh. Hab ihn? Ja, ich hab ihn. Jetzt brauch ich Heilung. Nee. So. Die Feuerträger. Feuerträger. Scheiße. Ich war zu nah dran. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich guck mich fressen, der Kerl. Komm, Mädel. Machen, 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 Schild. Hier, Antäuschung und Weckrollen. Antäuschung und Weckrollen. Bist du Antäuscher? Was geht da? Ich bin mehr so der Köpfe von Körpern-Abtrenner. Da geht's weiter. Wir müssen da reinrennen. Ich mach da uns fertig. Oder wir... Vorsicht, ich bin auch da. Du kannst dieses Feuerding abschießen, der was explodieren kann. Schieß mal drauf. Kommt nicht durch, ne? Verdammt. Verdammt. Geht in diesem Lichtschein in Deckung. Ich mach's einfach mal. Oh, geht nicht. Verdammt. Doppelter finaler Schlag. Los, komm, Magnum. Hm, bin gleich da. Ne Truhe. Einen Bogen. Ich glaub, den gebe ich dir mal. Die Schuhe plütteln. Ach, echt. Ich bin so doof. Ich hab alles geplündert wieder. Komm mal her. Ich hab ein Geschenk für dich. So, komm mal her. Oh, du hast einen Hammer. Aber den Hammer... Du hast einen Hammer rausgeholt. So. Wir tauschen Bogen gegen Hammer. Komm. Nee. Bitte. Du kriegst ihn nicht. Du bist ja frech. Doch, kriegst du. Ja, ja. Weil ich einen Schiff Bogen für dich hab. So, wie machen wir das jetzt? Geben. Jetzt. Die Firma dankt. Was haben wir hier? Beide Schwerter sind im Marsch bei mir. Ja, dann müssen wir zurück. Aber der Hammer ist ein Upgrade. Sau Bär. Plus Ausdauer. Und er sieht lustig aus. Und er sieht lustig aus. Warte, Fakt. Jetzt müssen wir nur so ein Portal finden, ne? Wo wir wieder zurückreisen können. Ja. Sie haben noch mehr Bogenschützen hergebracht. Und der Bogen cool, oder was? Ach du, heilig. Ach du Scheiße. Oh, ey. Heil dich. Heil dich. Denk dran. Wir müssen da rein. Wir müssen da rein. Und Kopf ab. Er steht noch. Achtung, gekümmt. Nämlich nur zweimal. Jetzt. Legendäres Kopf-Ab-Training. Nochmal. Ich will auch nochmal. Nein. Aber es zählt. Ich brauche keinen. Wo? Goblins. Na, so nah war ich. Was passiert? Hier mischen sie immer diese Bombenviecher unter, ne? Die explodieren, ne? Verdammt. Finish ihn. Oder auch nicht. Oh, ich stehe wieder auf. Jetzt nicht mehr. Doch. Jetzt nicht mehr. Level up. Kotzkill. Ja. Gehen wir hin. Da haben wir denn noch hier. Deine Armbrust wird von Einzelschüssen. Ich hab abgebrochen. Schnelles Feuer. Oh, schnelles Feuer. Bada. Aber noch was. Feuer, ein präzisen Bolzen mit hoher Schadenswirkung. Nein. Ich will eine Maschinenarmbrust. Lärmeister nur. Doch, unsere Elbin. Andriell. Da ist sie. Gute Idee. Und das wolltest du... Das wollte ich mal liegen lassen, ne? Ja, ja. Das wolltest du es geben. Vorne eine Feder haben wir auch wieder. Und ein Schwert. Das bewaffneten. Das ist was für dich. Gucken wir mal. Einhandschwert. 34 bis 52 ist nichts. Ist was? Ist was? Ja. Nömer. Geh ich dir. Ist geschenkt. Danke. Ich drücke mal bei den falschen. Perfekt. Bei zwei kaputten Waffen, oder was? Bei bald kaputten Waffen. Auch so ist er besser gewesen. Sexy. Und es schlägt sich gleich viel besser, oder? Ja. Vielleicht mal testen. Ja. Am besten an einen Troll. Ich schreie nach einem Troll. Nee, nicht schon wieder. Gib mir einen Kampf. Kommt er wieder? Der nächste Troll? Einen harten, behaarten Kampf. Pfeu. Pfeu. Ah. Der Weg ist mit einem mächtigen Zauberschloss versperrt. Kannst du den Bann brechen? Vielleicht, aber es erfordert Zeit und volle Konzentration. Mal beschützen, oder was? Du fängst am besten gleich an. Sieht so aus. Wir halten Waffen. So, wir halten Waffen. Ein Zwerg, eine Elbin und ein Magnum. Wir müssen die Söhne Elbe uns verliefen und uns beschützen. Stopp dich! Ah, ich will den da. Genau. Muss auch gerade sagen, ne? Kannst du es besser sagen. So, ich kämpfe mich gleich mit aus dem Level mit dem raus. Der blockt ja alles ab, der Sack. So. Was ist los? Ich tue hier. Was denn? Ich habe ihn gefinisht. Oh, hier ist ein Uru. Uru Kai! Oh, hier bei dir auch. Bei mir auch. Der ist doof. Das finde ich gut. Meiner auch. Er hat keinen Kopf mehr. Das hat nicht zu heißen. Ich habe nur einen kleinen Schlacker bekommen. Ah, Attacke. Da wollte ich reinrennen, habe aber keine Stärke mehr gehabt für meine Special-Attacke. Hör auf zu blockern, du Nase. Ach stimmt, ich kann ja auch meine Kraft wieder erhöhen. Mensch, Steuerkreuz links, alles klar. Hey, warte mal. Hier schlägt einen auf die Jungs ein. Schaffst du das? Ja, locker. Immer her damit. Jetzt aber. Hier sind zwei von diesen Uru Kai. Er ist ja auch noch weg von mir. Keiner ist wahr. Unsere Macker werden wieder angegriffen. Drei von diesen Uru Kai hier. Wäre echt. Hilfe wäre gut. Ja, ey. Oh, fuck. Jetzt bin ich gleich down. Oh, fuck. Ich bin weg. Äh. Warte. Was frisst der, sag mal? Jetzt. Liegt's da. Der angeht schon. Eieiei Ein Troll, da ist er Je, da sind keine Trolle hier Deine Trolle Wo kommt er? Da, von der Seite wo die Orks kommen Der hat sich beim Schlangen gedreht und so mit mich auch erwischt Ah, meine Armbrust geht ab wie Schmidts Katze jetzt Oh oh, er ist böse Ich beschütze unsere Elbenfreunde Wie gut ich kann Aufstehen Fuck Er ist tot Ja Komm, wir helfen stelle unserer Kollegin Andriel Sehr gut Ja Gesagt, getan Alter Schwede So ein Troll ist schon ein hässliches Biest Auch lustig, dass er da liegt Noch in der Cutscene Kommt schnell, die Türen sind offen Ich denke wir wollen auch nicht länger hierbleiben Nee, ab ins Dunkel Korygon ist wieder da Ich weiß nicht, dass ich euch nicht in diese engen Hallen folgen kann Wirst du in die Heimat zurückkehren, Bela Ram? Nein Es wäre treulos von mir, Liebewohl zu sagen, solange das Leben von Freunden noch bedroht ist Ich werde auch eure Rückkehr erwarten Vielleicht kann ich verhindern, dass euch Verstärkungen in den Turm folgen Wir sollten uns beeilen Die Elben gewinnen schon einen Vorsprung Möge euch allen das Glück holz sein Wir können sogar sprinten Während du rennst Während ich renne Kann ich sprinten Ja Das ist Wahnsinn Stimmt, ich rolle eigentlich nur bei den Trollen weg Ja Hier Ab zu Rolling Trollen Ähm Erstmal verkaufen Ja Waffen können wir auch verkaufen, glaube ich Ne Oder willst du nochmal mit Ne Mit Oro Aster sprechen Ich glaube, der kennt dich gar nicht mehr Der hat dich vergessen schon wieder Ja, der hat mich vergessen Jetzt gerade, wo du auch deine neue Frisur hast Und deinen geilen Bart Den kenn ich gar nicht mehr Den kenn ich gar nicht mehr Nee, den kenn ich gar nicht mehr Oh, 2 von 50 Und guck mal, wie wenig Schaden ich mache Ich hab meine Waffe verkauft Ich kann doch mit nem Schild kämpfen Wo ist meine Waffe Ich kann doch mit nem Schild kämpfen Ich kann doch mit nem Schild kämpfen Sie zurückkaufen Wo sie Was die Das Nee, da so unten, glaube ich Das Noch irgendwas was wir verkaufen können Oh, Schuhe gar nicht Ich vergesse Neue Buchse Lärmeister nur Schon wieder Oh oh Wollen wir zurück? Erstmal hier Oder kann man das irgendwie reparieren? 100 120 Das ist ne gute Idee 21 2 mal 80 Schon habe ich 1.913 Ja, ich kaufe ein paar Getränke Ja, jetzt halber einfach mal So, auf ner Dreh zum reparieren So, auf ner Dreh zum reparieren Nee Hast du mir was gegeben? Nein Hast du mir was gegeben? Machst du's Der ist so nett von dir gewesen Mal weiter Natürlich Ich muss reparieren Ins regnerische Brrrr Guck mal, wir können den sogar Befehle erteilen Mit Nach oben Steuerkreuz und drücken Nach oben bei angreifen Was war unten? Hab ich nie aufgepasst Auch angreifen Auch angreifen Ja, also so Du weißt bestimmt wo man reparieren kann, ne? Folge mir Folge mir, Matze Wo bist du? Nein, warte mal Der ist da Da ist er Da ist der Schmild Schmild Wo bist du? Eilmund Buschwald Ein Waldläufer Ein Waldläufer Eilmund Nicht Eilmund Das ist dir eine Niete abgesprungen Oder eine Klinge zerbrochen Und du willst, das ist der alte Eilmund wieder repariert Drück X, dann kannst du auch reparieren Ich auch? Achso, okay Der ist nicht so wie der Otto Alster Das ist nicht so wie der Otto Alster Das ist nicht so wie der Otto Alster Das ist nicht so wie der Otto Alster Wieder zurück Ich lasse dich weiter arbeiten Das ist nett von dir Immer noch Hast du da alles geklappt? Hast du da alles geklappt? Hierhin reisen Hierhin reisen Ich bin der Jey Ich bin der Matze Wiederschauen Reingauen Wiederschauen Ich bin der Jey Ich bin der Jey Ich bin der Jey Ich bin der Jey